Heyo Leute, was geht's für in der nächsten Folge Luke City? Heute ist der Luke Allee dabei und wir spielen auch immer noch das ganze im Livestream. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir schon aufnehmen und ich labere auch ein bisschen mit dem Chat wieder ab und zu, es sind gerade 11 Leute da. Ich habe nur 8 Jahren dann online gezeigt, im zweiten Jahr. Also, heute bauen wir weiter an den Solar Panel Produktion und dazu kümmern wir uns einmal um einen chowlpowder. Da ist unser Follower im Zuckel Salat. Hallo Luis Protein und Willkommen in der Disso Family. Ciao. Willkommen in Dir Disso Family. Vielleicht sollten wir das mit Sackmills machen. Ich glaube das ist ja eine gute Idee. Sackmills von Ender.io Okay, das heisst wir machen noch 8 Follower bis wir 700 haben. Vielleicht erleben wir das ja live in deiner YouTube Aufnahme. Wer weiss. Gibt es eigentlich auch Overclock Upgrade für die Sackmills? Ich glaube schon, ne? Also nicht. So. 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 Wollt man zum Beispiel? So. Wir kommen uns um die Kohl-Powder-Produktion. Die hat Kohl-Sackmills. Wird schon gut so zu eignen. Oh, der auch was. Das ist Friedkopf. Ja. Afrika. Die sind selb. Ja. Ja, Nessie ist weg und jetzt sind nicht die Überlösung. Das geht also so, sie soll weg. Die Binessi. Gut, wo stellen wir die auf? Wir brauchen ja nicht mehr Platz. Ich habe keinen Platz mehr langsam. Moment, ich glaube, hier hinten habe ich auch keinen Platz oder nicht mehr viel. Moment, wann sehen. Hier die Energieleitung. Moment, ich hole mal Redstone Energy Conduits. Äh, Redstone Energy Conduits, hier. Ich habe noch ein paar gemacht, eigentlich noch zu viel Redstone mit dem Magma Cruiser drin hatte. Jetzt haben wir wieder fast 300. Ach du, hä? Ah Phoenix, du bist auch Schweizer, echt? Dann dann da. Hast du mir das überhaupt mal gesagt? Wahrscheinlich nicht. Gut, aber dann ist der Zuckersalat auf jeden Fall der erste Schweizer Follower von heute. Sollte sind so. Und schon so. Sollte und Baum ist der erste Deutsche. Okay. Das ist der erste Deutsche. Das ist ja so. Genau. Silikon haben wir auch nicht. Sollte es sind, vorgestern Abend, die um die Verlust um 13 Uhr, 23 Uhr, 23 Uhr, so weit noch online kurz. Und dann dort, der auch dort, der Freak. Er hat mehr gesagt, wir die Nacht durchmachen. Heut. Und so hat sich dann gegangen, wie war auch durchlaufen, so. Da da war ich auch, da war auch nicht mehr, dann hat sich gegangen, ja. Da bist du nur gegangen. Äh, weiß ich nicht mehr, irgendwann später. So um 22 Uhr. Aber einer Konsolen steht das, oh. So liegt die Charko auf dem Boden. Bei dir ja. Also bei mir könnte es gut sein, dass Charko rumliegt. Alles mal sortiert. So hier hinten muss noch ein weiterer Raum hin, auf jeden Fall. Es muss einfach. Jetzt muss ich mir jetzt erstmal so ein Ding machen, wo ich die Storage Festplatten machen kann, hat partitionieren kann auf bestimmte Items. Okay, Leute dürfte ich alle mal Kappel in den Chat schreiben. Für mich. Weil Fenix anscheinend doch gesagt hat, dass es schweizer Zeit. War das nicht dieser spartial I-O-Port? Was? Ja, zuweisen kann. Oder? Der Spartler I-O-Port kann äh 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 ähnl fliegt Koffer gewonnen und unten wird es nicht so ist aber Partition editor für den Wert Super du kommst aus Bernd Wimplitz so für die Schachtauer aufstehen Dr. Bärm ist auch eine schöne Stadt ich muss schon sagen auch und so schweizer Dorfmann Bärm nicht hassen da kommen zu mir schon mehr was sind das ist nicht wir auch das Prozent das weiß so ist die so wer noch nicht gerodet hat sollte noch roten wir sind auf Platz was wieso das ist ja keine Frage wieso 8 Follower bis zu den 700 Leute das schaffen wir so wir sind aber immer noch in der Aufnahme und ich brauche jetzt die Rätschnern die kommen dann hier hinten durch auch um es zu tun auch nicht müde ja glaub ich dir was auch der Grundsinnigkeit in die Millionen Follower Reichtatz sieben die Fakt im Baum so haben kann er nicht so richtig zuhört er ist das Ding wo er noch mal machen kann dass sich eine Festplatte leeren kann oder das auch mehrere Festplatten Prozent sind es auch Teil kann dass das dann das die alle gleichvoll sind und so das ist das Ding namens Prozent M.I.O.Port also jetzt doch der Eiput und das Gesatz Speitler Euport das was anderes A.M. M.I.O.Port zwei mit drei Sekunden M.I.O.Port A.M. die Kultus- und Achtwirt ist da sind die Kultus- und Achtwirt die Kultus- und Kultus- und Kultus- und Kultus- und Kultus- und Kultus- zuerst mal verquatsst das es ist ich hatte Leute die kommen und sagen sie hey darf mitspielen darf mitspielen dann sage ich ja nein wir haben ja du konntest dich mal bewerben aber wenn du nicht da warst dann hast du leider verkackt und dann geht's wieder er ist nicht verkackt und hast geglitten äh fuig du musst halt ein das ist wegen der ähm Multiplayer-Junk-Cash du musst etwa eine Minute warten bevor äh etwa eine Minute warten wenn du joinst bis du wieder hier um das schreiben kannst es ist so ein Luka nicht so ein gutes Internet hat m ja ist so m Prozent Interface brauchen und sieben im Portus zu und auch bei einer Vergangenheit kommt aus den WLAN Hotspot und dass ich von der Telekom Hauptsache ich von Telekom er bei der Telekom muss ich jetzt anmelden und dann irgendwann später bezahlen so wird er nicht eben und das ist ein anderes Wort gewesen für die games Künder man oft tütschst so ganz oft tütschst die Entschuldung ziehen da haben dann da haben uns die Sitz die sind auch richten die Juli zur Schraube sie sicher und ist es ist eine Ausrede aus zu jetzt heute nicht aus dem Bus und zumut das tütschst das tütschst nachher ich hätte noch bei sich Prozessoren als Rezept drin ich bin so brauchst du brauchst bis kurz zu tun ach du sie dann alle raus denn ich habe ich habe einen genommen und Prozent wo die Nutzung und die Bekunden sind präsentiert in welchem Körner sei auch Portmauer möchte also ne alle Prozessoren sind mal wieder weg ja wir hatten nur noch einen schön dank auch dann muss er eben mal ein Rezept machen dafür es gibt ein Rezept aber nicht zu braten sondern muss normaler außer der hast du den Kraft dabei der Kürze selber machen du hast du mal gesagt du machst du jetzt selbst da rein das hast du mal gesagt 6 das weiß ich doch nein das ist nicht so doch so gut ich verkaufte es sich mal nicht macht auch wenn er weiß nicht dass dann bald machen es ist eine Scheiße weil der Unterkauf der Niedersicht kann das besser kontrollieren in der Barmisch den so ich muss kacke ich habe keine Beschreibung und auf meinem Handy doch keine Lieblings öfter uns doch auf dem Handy aus auch die Beschreibung in der Sonne ist ja auch behindert du musst einfach mal die Tücher abaktualisieren die Befüß dann muss auch die Beschreibung auf dem Handy Kölk und Autos ein Dario brauchen so zu tun ich den EO port auf und die Tüch geht es okay das ist doch gut ich bin schon verbraucht mit der Weile bei System ich bin ich bin Stoffe war fest das ist es eben aktuell Prozent 438,5 Plus 5.7 Eipotec und so um die Idee sind dass sie macht sich kommen sieben um die Euro während 219,2 wenn man immer soll der Kussetien werden es 4.900 Text und reißen ist es mal 3 in Rotary Kraft Wurz werden es auch 4.933 Koffern an der Zeitung vorne los okay gut auf auf ich denke ich so was er in das Ziel ist die Führersitzung anschließen und dann und dort sind so losbauten als sei nicht das richtig für Scheiß Strom zieht und im System schon Clou fünf im System einig der Autokaufstum er der auch aber es gibt auch noch was anderes was mich für Strom an der Anspruch Kronen ein Scheiß für die Zeug erst für ja das ist nicht das Wort richtig für Strom eigentlich kommen dann braucht es mal ab aber da ist ja nicht so viel aber es ist so gut das Flüchtling ist weg und jetzt werden muss kommen wir brauchen so nicht wie ich mir das mit dem Opus Sendsatz auch nicht zugebracht im Opus Sends was machst du jetzt mit der nix mehr wahrscheinlich meine Mission ist so Opelform ja wenn es nächstes Mal weitermachen werden Paul in Dachshund für uns Koffner mit Jörg die Glaskunktion schnell Prozent machen können und ja dann sind es das nächste Mal macht's gut Leute lassen ein Like und ein Abo da was will ich den Glaskun von Chisel bei dem Haus der ist von Freak oh gut bye bye Bis zum nächsten Mal.